Mein Pferd heißt Kashmi. Ich habe gemerkt, er hat ein bisschen Probleme von der linken Seite, schlimmer als von der rechts. Und dann, ich habe hier einmal mit ihm gekommen, wir haben ihn geguckt, gescannen und zweimal behandelt. Heute war es schon viel besser, hat er null Runden gemacht in 1.45, viel besser galoppiert und viel besser gesprungen. Ich habe hiermit sinne, komm, wo ich denn jetzt nicht ein paar Halen tatumropfen hab ich nicht gesprungen, Ich versuche ein wenig, wie ihr mir so seit, sondern es war es auch ein paar Minuten Südzeuge. Vielen Dank.